Unser Jahresthema ist Solidarität in der Caritas in Oberösterreich. Was bedeutet für Sie Solidarität? Schwere Frage. Solidarität ist vielleicht, dass wir einfach nicht allein sind, sondern dass wir immer nicht weggehen. Wir sind nicht allein, heißt zum Beispiel, da sind jetzt zwei Menschen, und wenn es einem von uns schlecht geht, dann war es gescheit, wenn wir uns gegenseitig helfen, weil alles andere war Blödsinn, richtig? Das ist zum Beispiel Solidarität, dass man nicht allein ist und dass man eigentlich besser lebt und dass es für jeden Einzelnen besser ist, wenn man sich gegenseitig hilft. Danke, das war Definitionshilfe jetzt. Danke.